Herzlich Willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play South Park. Wir befinden uns immer noch im Arsch. Wir werden nicht verletzen. Katatafisch, Redo, wird bald tot. Es gibt nur Momente, um zu sparen. Find einen Weg, um die Trigger zu verletzen. Oder alles wird verloren. Ach komm, wir nehmen das Päckchen da hinten mit. Ach, wir haben auch wieder Überlebungssaft drin. Snook Abortion Sequence initiated. Begin elektrolytische Infusion. Och nee. Ach komm, ganz im Ernst. Was? Haben wir es nicht richtig gemacht? Scheinbar nicht. Ja! Was ist? Was ist? Was ist? Was ist? Moment. So. Was habe ich jetzt verloren? Glaube ich ja nicht. Ach, geht doch. Warum ist das? Wir haben da noch mal frisch rein ins Werk. Schmissen müssen wir erst wieder hin. Dem Gleiter wechseln der Barde. Wo ist er denn? Ach da. Wo ist der Kameleon, mein Herr? Achso, ich hab die anderen Sonde ausgewählt. Der macht das auf und jetzt hol ich mir mal die nette Truhe und versuch zwei. Snook Abortion Sequence initiatet. Beginn elektrolytische Infusion. Die Musik schon wieder. Cold. So cold. Danger. Abortion access. Stress level. Abortion access. Slip dilated. Initiate control chip removal. Aber... Wrong chip. Wrong chip. Au. Aha. Not that. I needed that. Komm schon. Wrong chip. Self destruction sequence aborted. Ach, ihr habt's geschafft. Ist ja lustig eigentlich, dass, ähm... Das eine, was wir gemacht haben, nochmal passiert. Was ist es, Mr. Slate? Was fühlst du? Jesus! Jesus Christus! Great job, Nukered! But your journey is not yet complete. Laps! Why should we ever need your services again? We will call. Great job! You've disarmed the Snook! South Park is saved! Yes. And now let's finish this new kid. Let's beat Clyde once and for all and take back the sticker truth! So, don't keep going. Du hast ein Schild, der fünf Treffer zum Beginn des Kampfes blockt. Junge, wir nehmen die Krone. Hold'em. Und, ich kämpfe sicherlich nicht mit dem Baden. Ach so. Ne. Do something. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Seit wann die Taco Bellen hat eine Green Sauce, Alter? Actually, seit über ein Jahr ago. What? Taco Bellen hat Green Sauce, jetzt. No way. Sie haben es länger als ein Jahr. Ich habe immer einen Spice-Green Burritos bekommen. Ja, ich bin in die Packets. Sie haben einfach angefangen, die Green Sauce in die Packets. Fuck! Wie habe ich es vergessen? Aha! Ich bin nicht so dumm, jetzt bin ich. Das bedeutet, du hast Taco Bellen Green Sauce, jetzt Fuck! Ja, Clyde. Warum glaubst du diese Scheiße glücklich? Vielleicht wegen der drei Variationen von Chili Peppers. Nein. Nein. Aua. Warte zum mit Chef Koch. So. Packt ist auch Immuni in Blut. Okay, ich habe einen Geflogen auf den einen. Wie viel Blut ist der noch mehr? Wie viel Blut ist der noch mehr? Das ist nicht so viel. Dann grebe ich mal hier mit dem Schwert wieder an. Mach du Liebe! Autsch! Scheiße! Ach, das... Macht nicht so viel. Nein, nein! Den nehm nochmal... Ich nehm den hier mal. Kann ich hier noch was einsetzen? Ne. Dann nehm ich den anderen Begleiter. Ach ne, ich nehm erstmal mit seinem Schwert. Das Langschwert macht ja schönen Schaden. 2700 ist gut. Soll man nicht, dass er überleben sollte. So, hier machen wir den Bullen. Und dann... holen wir uns hier Kai mit dem kleinen Kind. Soll ich den... Schaden machen. So, komm her Ike. Kacke den Baby! Schau nicht, Schaden. Schau nicht, Baby. Gut, jetzt sind wir noch mal hier. Ich bin ja wirklich für Rüstung, ne? Heißt noch mal eben das Kind. Schön. Dann noch mal die Spitzsacke. Noch 1.500. Ich hätte ja zu gerne gehört, was er jetzt gesagt hat. So, nochmal Ike einsetzen. 800, das heißt wir haben auf jeden Fall die Hälfte schon. Oh, okay. Oh, oh, oh. Soll das ein Zeichen sein mit der Lebensanzahl? Enough of this! Ha, ha, burn them! Burn them all! Your eons of torment are at an end, ruler of darkness. Uh, okay, um, you know, I'm not playing anymore. You have broken the rules of the stick, and for that I banish thee. I banish thee from space and space! We did it, dude! That was awesome. You did it. Your noble quest is at an end. And for all your deeds, and all your time put into this, I hereby promote you. To king douchebag. Congratulations! Bam! König Sapzak. Quickly! Now let's get the stick back to safety, before anyone can do... Whoa, 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 whoa! We've got him! We've got the Dragonborn! Dragonborn? What the... What? So, it really is the Dragonborn. Just can't stop being a thorn in our side, huh? He has to stick a truth. How does this guy know you, king douchebag? King douchebag? Is that what you told him your name was? Why didn't you tell them your real name, Dovahkiin? You don't remember, do you? How we tried to find you? Look, that stick belongs with the Fighters of Zaron. Give it back! Fighters of Zaron? Boys, what's going on here is much more complex than that. This isn't the first time a UFO has crashed to Earth. You see, in 1947, a UFO crashed in Roswell, New Mexico. Oh, God. Our brothers, spare us. Hang on a sec. A UFO crashed in Roswell, and a new government agency was created to investigate the paranormal. Our agency. Can we skip this? Like, hit the skip button or something? Oh, you don't want to skip this? Yes, we do. Whenever aliens are spotted, vampires run amok, our agency is there, and we have never lost a fight. That is, until four years ago, when we investigated a child. Yon, yon, yon. A child who had an unnatural power inside him. I had orders from the president to secure the child so that we could harness his powers before our enemies could. But he slipped through our hands. The government wants the new kid for his farts? That's dumb. His farts? No. His amazing ability to make friends so quickly on any social network. Before he was five years old, he had 3.2 billion friends on Facebook alone. Do you have any idea the power that kind of gift yields in today's world? It's time to come with us, Dovahkiin. Time to stop resisting and use your gift for your country. Is he really still talking? Are we so different, you and I, Dovahkiin? You have to do what the government tells you to do, just like me. We're all just pawns in their game. I'll admit, you are fascinating. You have more power than any child I've ever come across, and yet, all you seem to really care about is this. It must be very important. What does it do? Whoever controls the state controls the universe, dumbass. Yeah, stupid. Controls the... But then, I wouldn't have to do what I was told anymore. I could... I control the universe! Get back! Back, I say, all of you! I can do anything. Anything I want! I no longer need you, new kid. I control the universe! Damn thing! How does it work? Show me how it works! Yeah, right. Dovahkiin, why should we be on the opposite sides? Join me, Dovahkiin. Rule by my side. Rule. And you can have this all to yourself, forever. I can offer you all! Just get me safely out of here! You can rule with this, once again! You underestimated the character of the fighters of Zoran. What binds us is more than that relic. And you failed to recognize the character of our alliance. Yes! And that friendship is more important to any of us than even the stick of truth. Dude, where are you going? Princess Kinney! At least one of you has some sense! You'd sell us all out? But why, Princess Kinney? Because Princess Kinney was born a half-orc, whose entire village was wiped out by humans and elves. Morgan Freeman? You see, when humans and elves lived together in the forest of Hollow Falls, an elven queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the stick of truth. They loved in secret and had a child. A beautiful little girl, a girl who watched as everyone she loved was killed in cold blood. And that is why she waited, and plotted, all this time, to take the stick from you. For Princess Kinney is true heir to the stick of truth. Wow, that's pretty cute. Just one thing, Morgan Freeman. How come every time something convoluted needs explaining you show up? Because every time I show up and explain something, I earn a freckle. Princess Kinney, come back here! So, Freunde, ich würde sagen, Ich glaube, das Spiel ist fast zu Ende. Ich meine, das kommt mir so vor. Lassen wir die Sache machen, wir machen hier noch einen kleinen Cut. Habt noch einen schönen Tag und hallo raus, bis dahin schon.